Noch unbeliebter als Gleichungen sind wohl nur noch Bruchgleichungen. Doch es gibt natürlich eine Möglichkeit, die Brüche loszuwerden. Dazu suchen wir einfach den Hauptnenner der Brüche und multiplizieren die ganze Gleichung damit. Also alles wird mit dem Hauptnenner malgenommen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Hauptnenner herauszufinden. Eine ganz einfache, vor allem bei kleinen Zahlen, geht so. Zunächst suche ich mal alle Nenner heraus und schreibe die einfach nebeneinander hin. Dann suche ich zu jeder Zahl die Vielfachen, also mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6, mal 7, mal 8 und so weiter und schreibe diese Zahlen untereinander auf. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Ein bisschen Platz brauche ich da schon, aber bei kleinen Zahlen, wie gesagt, komme ich schnell zum gemeinsamen Vielfachen. Da muss ich nämlich dann einfach die Liste durchschauen und identifiziere, aha, überall kommt die Zahl 12 vor. Das ist also das kleinste gemeinsame Vielfache und in dem Fall unser gesuchter Hauptnenner. Und schon kann es mit dem Rechnen losgehen. Wir multiplizieren also die ganze Gleichung mit dem Hauptnenner 12. Dazu muss ich jede Zahl und jeden Bruch und jede Variable des Terms mit der Zahl 12 mal nehmen. Das mache ich natürlich nicht nur aus Spaß und Freude am Rechnen, sondern mit dem Ziel, die Brüche wegzubekommen. Das heißt, wenn ich mit dem Hauptnenner erweitere, dann kann ich den Bruch entsprechend kürzen und erhalte eine ganze Zahl. Ich schreibe das hier sehr ausführlich an, damit man die Rechnung nachvollziehen kann. Erst im nächsten Schritt werde ich jetzt die Brüche kürzen und erhalte ganzzahlige Werte. Ab hier ist es gar nicht mehr schwer. Zunächst mal vereinfache ich beide Seiten so weit wie möglich. Das heißt, ich fasse zusammen. Alle ganzen Zahlen bringe ich dann auf eine Seite, in dem Fall auf die rechte Seite. Das heißt, auf beiden Seiten der Gleichung plus 72. Und dann die Variablen auf die andere Seite, also minus 6x auf beiden Seiten. Ergibt 5x gleich 96. Dann muss ich noch durch 5 teilen, damit ich weiß, wie groß ein x ist. Das heißt, ich fasse zusammen. Das heißt, ich fasse zusammen.